Amerika, liebe Zuschauer, nach Spiel mir das Lied vom Tod ist dieser Film Sergio Leone's zweites großes Epos über amerikanische Geschichts- und Kinomythen. Mehr als zehn Jahre brauchte der italienische Regisseur, um dieses aufwendige Millionenprojekt zu realisieren. Sehen Sie nun Robert De Niro, James Woods und Elizabeth McGovern in einer Geschichte von Freundschaft und Verrat in kunstvollen Rückblenden. Wir zeigen Ihnen diesen Film übrigens in der vollständigen Kinofassung.